Hallo zusammen, wir sind hier in der Franziskuskapelle in der Kirche St. Franziskus Saverius. Am 4. Advent, da hören wir von Josef und Maria. Und es steht am Ende und Josef nahm seine Frau zu sich. Das klingt erstmal wie ein tolles Happy End. Aber diese ganze Geschichte des Evangeliums hätte auch ein ganz anderes Ende nehmen können. Denn Josef hätte seine Frau auch verstoßen können, seine Verlobte. Aber diese Geschichte ist auch der Anfang der Geschichte von Jesus Christus. Diese Geschichte ist auch Gottes Geschichte mit uns Menschen. Sie heißt, Gott ist mit uns. Und dieser Josef, von dem wir am Sonntag hören werden, der spielt keine kleine Rolle. Ohne ihn hätte es kein gutes Ende gegeben. Fassen wir nochmal zusammen. Josef, als er merkte, dass seine Verlobte Maria ein Kind erwartet, wollte sich in aller Stille von ihr, so wie es üblich war, trennen. Aber im Dunkeln der Nacht, in der Stille der Nacht, da geht Josef im Traum ein Licht auf. Da spricht Gott zu ihm und Gott sagt zu Josef, fürchte dich nicht. Josef erfährt etwas ganz Wichtiges. Gott, dieser Gott, der ist bei mir. Er lässt mich nicht allein in meiner Not, in meinen Ängsten, in meinen Sorgen. Und, ganz wichtig, Josef vertraut auf Gott und nimmt tatsächlich Maria, die schwanger ist, als seine Frau zu sich. Josef ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen. Und es erlischt nicht mehr. Diese Erfahrung von Josef, die kann auch ich machen. Auch ich darf vertrauen, dass Gott mit mir geht. Und dann leuchtet auch bei mir dieses Licht und das wird nicht mehr ausgehen, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich Sorgen habe, wenn ich grübel oder wenn ich mich ängstige. Und Angst haben kann man in diesen Zeiten sicherlich viel. Denn Gott sagt zu mir, fürchte dich nicht, hab nur Mut. Und er sagt es zu uns allen. Ich bin bei euch alle Tage. Wir sind jetzt hier in der Pfarrkirche St. Franziskus-Taverius. Und am 24.12. da werden wir eine Familienkrippenfeier streamen. Sie haben also die Möglichkeit, über die Seite www.dem-leben-dienen.de einen Link zu bekommen, mit dem Sie an diesem gestreamten Familienkrippenfeier teilnehmen können. Sie haben aber auch die Möglichkeit, in Präsenz zu kommen, indem Sie diesen Link, diesen QR-Code auf unserem Poster, was wir diesem Video beilegen, aktivieren. Dann können Sie ein Ticket buchen. Wir würden uns freuen. Sie würden uns besuchen, sowohl in Präsenz wie auch im Stream. Vielen Dank.